Dieser wunderschöne Ford Focus Titanium mit EcoBoost Motor könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstigste Steuer garantiert. Die großen und elektrisch anklappbaren Spiegel bieten beste Übersicht. Die Karosserielinie wirkt sportlich flach. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. 16 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vorlesitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket schützt Sie rundum mit AWS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem elegant sportlichen Ford Focus Titanium werden Sie viel Spaß haben. Der neue EcoBoost-Motor wird Sie hinsichtlich Temperament und Sparsamkeit begeistern. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.